Im Bild sehen wir dem Jahr 1939 neu erstellte, moderne Fabrikation von Pyrotracht. Der König von Rumänien hat total 260 Traktoren vom Typ Pyrotracht in Auftrag gegeben. Die erste Branche ist Ablieferer und Beladeterei. Wir befinden uns im Jahr 1941. Es dürfen keine Traktoren mit Pneurrädern fürs Ausland ausgerüstet werden. Somit ist dem Hans Hürlima nichts anderes übrig geblieben als spezielle Eisenräder zu konstruieren. Diese haben sich übrigens im Ackerbau sehr gut bewährt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.